Ich kann mal ein bisschen Darts spielen. Schon viel besser. Okay, der kommt aber es da nicht wirklich hin. Und Ducky irgendwann ist es okay. Ich werde mich den Rest meines Lebens fragen, was passiert wäre, wenn Ryan das Seil nicht durchgeschnitten hätte. Wird ihm sicher genauso. Warum fühlt sich das wie eine Challenge an? Ich sollte auch etwas beitragen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Straft zu dem Porträt. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Tja. Die Zeit. Die Zeit, unser schlimmster Feind und größter Freund zugleich. Sie müssen sich sehr nahe gestanden haben, Alma Ethan. Die stammen bestimmt von Havens DJ, ganz klar. Ich hoffe, Ducky hat die nicht alleine ausgetrunken. Vielleicht finde ich oben etwas, das ich der Gedenktafel hinzufügen kann. Auf jeden Fall sollten wir das tun. Ich wette, hier würden viele Fotos von Gabe hängen, wenn er nicht immer alle geschossen hätte. Schauen wir mal was für den Gedenktafel. Das ist tatsächlich keine schlechte Idee. Ob ich hier oben etwas finde, das ich zu Gapes Gedenktafel hinzufügen kann? Die Spielautomaten. Schmeiß die auf den Tisch. Gläser. Oh, das Album. Ja, das Album. Definitiv. Das ist perfekt für seine Gedenktafel. Das ist perfekt für seine Gedenktafel. Ich bin froh, was für Gapes Tisch gefunden zu haben. Ich bin froh, was für Gapes Tisch gefunden zu haben. Ein lustiges, seltsames Album für meinen seltsamen, lustigen, großen Bruder. Tja. Niemand könnte es mir vorwerfen, wenn ich meine Trauer ertränken wollte. Tja. Check mich. Oh, herrlich, jetzt was zu sehen. Ich weiß zu schätzen, was Sie für mich tun wollen, Mr. Lucan, aber ich bleib nicht lang und ich nehme keine Almosen an. Aber lösen Sie den vielleicht nicht sofort ein. Tja, was hast du ihm nicht schicken? Chat, danke, dass du da warst. Es geht. Ich brauchte dich. Sollen wir mit Chat reden? Niemand könnte es mir vorwerfen, wenn ich meine Trauer ertrinken wollte. Okay, let's go. Moment, warum nicht? Ich werde kurz reden, warum nicht mit ihm? RM und TB. Wer die wohl waren? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss nicht spielen. Sie sehen glücklich zusammen aus. Das auf dem Foto von meiner Frau. Es vergeht kein Tag, an dem ich sie nicht vermisse. Aber die letzten Tage... Sie waren hart. Jed hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Stil. Ich würde das Steakhouse-Schick nennen. Okay, Jed meinte, ich finde Mac vielleicht im Blumenladen. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke vorbeizusehen, falls ich will. Ich weiß nicht, wann die Worte Gabe Chen und Trauerfeier aufhören werden, seltsam zu klingen. Aber noch ist es nicht der Fall. Mhm, nachts war Steph. Was wichtig ist, ich erzähle dir, wenn du hier bist, hast du einen Moment, um in den Namen vorbeizukommen. Smiley. Jetzt kannst du die Apotheke vorbeizusehen, ich denke, ich brauche mal dein Rat. Hier besuche Steph und Plattenladen, besuche die Apotheke auch. Jetzt ist leider nicht der richtige Moment, um den Rest von Haven zu erkunden. Oh, schade. Sehr schade. Das klassische Sinnbild des Neuanfangs. Ah, ja. Jason Pike. Hey, Pike. Hey! Wie geht's dir so? Was ist los, Erik? Mir ging's schon besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Hey. Ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja. Das habe ich schon von so vielen gehört. Und, äh... Wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Ja. Ich weiß, dass du wütend bist. Aber es ist eine laufende Ermittlung und ich muss dich trotzdem noch befragen. Klar. Was auch immer. Shit. Wenn sie nicht locker lässt, wird mein Job um einiges schwieriger. Ich weiß, ich hab recht, Pike. Und ich werd's beweisen. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ich hab' ich ab und zu auf ihn aufgepasst. Dann komm ich jetzt. Ich dachte immer schon, Bergarbeit ist gefährlich, aber... Meine Fresse. Okay. Gewidmt der Erinnerung an die acht Bergarbeitern hier. Mein Sturz der Tenar-Mine. 1897 starben. Vorurte aber nicht vergessen. Du hast ihn drüben, beim Wasser gesehen? Ja, er ist er fern. Ich fühle mich so hilflos. Ich kann einfach nichts für Ethan tun. Das kenne ich. Was ist Ethan im Park, oder? Das kenne ich noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Oh, hast du von dem Unfall gehört? Wie viele Fische Ducky wohl in dem Teil gefangen hat? Nein, niemand wurde gefeuert. Noch nicht. Erstmal hinsetzen. Und wenn wir mit dem Unfall finden. Will ich ohne Gabe überhaupt hierbleiben? In diesem Bundesstaat, den ich überhaupt nicht kenne. Und in dieser Stadt, in der ich noch nicht mal seit einer Woche bin? Nicht, dass ich irgendwo sonst hin könnte. In Portland wartet nichts und niemand auf mich. Bleib doch. Wird glücklich in Hebel. Fuck. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Eines ist sicher. Ich muss wissen, was mit Gabe passiert ist. Vorher gehe ich nicht. Vorher gehe ich nicht. Ein weisster altrikt. appear ich nicht. dwell ab, incar sie in Hebel. Eines war auch gar неig. Und wenn irgendwelche Menschen sind? Aber da stimmt nicht mehr. und thanks Bō user sein. Und wenn mich nur ungemacht � differen. Da war einwand Lebenshaus in Hebel. Seit geždiskutiges Ausbildung? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja. Hm, Ethan. Hört endlich alle auf. Mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Fuck. Gabe zu verlieren ist schwer genug, wenn man angeblich erwachsen ist wie ich. Aber für Ethan... Hey Ethan. Hey Alex. Es ist alles okay. Eben dran gehört es. Es ist alles okay. Es ist alles okay. Willst du darüber reden? Alles gut. Okay. Gut geht es ihm nicht. Ich bin für dich da. Wann immer du mich brauchst. Hört endlich alle auf. Mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Jetzt wird man ihn vielleicht nicht wohl lassen. Er braucht auch einen Moment für sich. Das könnte unser gefiederter Freund sein. Ja gut dann. Okay. Hier können wir nur noch zwei lang. Nur noch zwei hoch. Alles gut blockiert durch Möbel. Und Ähnlichen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich halte es für unwahrscheinlich. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass so etwas... Das ist eine von Teifen. Und dann interessiert sich ein Scheiß für die Leute. Ja. Weil uns verdammt noch mal keiner was sagt. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt in der Apotheke vorbeizuschauen. Jett sagte, Charlotte will mit mir reden. Hat sie ja gerade auf die Sache geantwortet. Nichts ist festlicher als drei Ausrufezeichen. Äh, ne. Bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber das nicht. Wie geht diese Angelegenheit vielleicht zu nahe, um unvoreingenommen zu sein? Was scheiß drauf. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und Schild. Ah, ja. Die Omenlöser. Gettung der Hipster. Treasures of Tibet. Gettung der Hipster. Ein Arzt hat mir mal Meditation verschrieben. Ich bin bloß immer wieder eingeschlafen. Hm. Tja. Tut mir echt leid. Bin auch nicht so dementsprechend. Es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt in der Apotheke vorbeizuschauen. Jett sagte, Charlotte will mit mir reden. Ja, ich schau mich erst noch um. Warum werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt? Dieser Urlaub ist ein Reinfall. Ja. Wir alle haben hier zu kämpfen. Ich schau mich erst mal an. Ja? Ich geh Mittwochabend zum Töpfern. Willst du mitkommen? Oh Mann. Mann. Darfst du es nicht? Sie steht einfach nicht auf dich. Lass es. Echt hart. Ich ess vorher immer was mit King. Wenn ich ihm sage, dass ich ihn mag, gehen wir aus und dann trennen wir uns vielleicht. Und dann verliere ich meinen besten Freund. Hm. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt in der Apotheke vorbeizuschauen. Jett sagte, Charlotte will mit mir reden. Ja, guter Kommentar. Ähm, der Sache. Ach Gott. Die beiden, die haben sich auch... Er ist nicht sicher, ob sie ihn niedersensibel sind. Ach. Leute. Hübsch. Den war wohl nicht danach, die Mine zu malen. Ach. Weine. Wenn er unschuldig ist. Warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu... Hey Rayleigh. Ich spreche die Dialöre zu schnell. Die Monologe. Ich weiss du und Gabe hat bevor... Ich hatte gerade nen... Ich hatte hier gerade nen... Ich hatte hier gerade ne... Das Spiel ist abgestürzt. Ich versuche es nochmal. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält es? Sie wirkt ganz schön aufgebracht. Hey, Rayleigh. Alex. Vielleicht stürzt das Spiel zu meiner Stadt. Ich weiß, du und Gabe war befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Schön, dass er dich hatte. Danke, Alex. Wirklich. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt. Aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Das ist echt lieb. Sie ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Sie hat glücklich zu haben. Danke. Ich wollte das nicht ruinieren. Das ist viel so gleich. Das ist das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist. Wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Das wollte ich nicht. Glaubst du, er hätte Gabes Anruf ignoriert? Ich meine... Meinst du, er würde so etwas tun? Ich will das wirklich nicht glauben, aber... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Ja. Verstehe. Es ist... Nur komisch, dass er sich so verhält. Als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeuer. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er etwas Schlimmes getan hat. Ich habe Angst, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Bis bald. Bis bald, ja? Ja. Wann immer du magst. Bis bald. Dass Mac abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihm Angst zu machen. Einfach, aber effektiv. Fuck table. Einen Tor. Shit. Vielleicht gibt es hier etwas, womit ich das Tor öffnen kann. Okay, ich spiel zurück. Ich bin schon für wenige eingebrochen. Uha. Und ich kann es nicht genug betonen. Okay, dann werden wir jetzt hier nur wegen des Wagengrads eingebrochen. Gibt es nichts weiter außer des Wagengrads. Das hat es ja gelohnt. Schlafplatz. Selbst nach allem, was mir passiert ist, musste ich nie auf der Straße leben. Ich hoffe, wem auch immer das gehört. Ist gut. Ich schau mich auch, ich schau mich auch wirklich hier mal um, so weit ich kann. Ich bin ja, ich schau mich. Ich bin ja, ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020